Ich heiße Kam Galbikov, bin 19 Jahre alt, komme aus Tschetschenia. Ich bin eigentlich Ringer. Mein Vater hat mich zum Ringen gebracht. Dann habe ich halt meine Interessen woanders gefunden. Ich meine, wenn man MMA ringen möchte, dann muss man das mit dem Boxen, mit dem Kicken und so weiter kombinieren. Und das finde ich halt aufregend. Das ist das Neue. Das ist mein zweiter Kampf. Es wird das schön eigentlich, weil da kommen viele Freunde von mir, die mich unterstützen, die mit mir dabei sind, die das mit mir durchziehen. Ich weiß so, dass er aus Bremen ist und eventuell aus dem Boxen ist. Ich möchte mich schon mit ihm schlagen, auch im Stand und so weiter und so fort. Ich fühle mich gut. Also das liegt an meiner Ernährung, dass ich meine Ernährung umgestellt habe. Ich trainiere hart, werde ein guter Kampf und ich freue mich schon auf ihn.